Die neue Fuji XM5 richtet sich endlich wieder an Einsteiger, Canon wird bald drei neue RF-Objektive präsentieren und es wird wohl im November eine neue Vollformat von Sony geben. Also, Folgen auf für Fotografix News. Herzlich willkommen zurück bei Fotografix News. Na, habt ihr es geschafft, noch ein paar Nordlichter über und in Deutschland zu fotografieren? Ich bin auf jeden Fall richtig gespannt auf die Lesergalerie aus dem Oktober und darauf, wie ihr das Leuchten am Himmel so in Szene gesetzt habt. Aber muss mich dabei wohl noch ein wenig gedulden. Ebenfalls ein wenig warten, ich möchte es euch nämlich besonders früh mitteilen, müsst ihr auf das nächste Event von unserem Sponsor Fotokoch. Denn euer und unser Partner für Fotografie und Videografie veranstaltet am 8. und 9. November eine XXL-Version der beliebten Fototage. Online und vor Ort in Düsseldorf gibt es dabei noch mehr Programmpunkte als sonst. 100 Meter vom Store in der Düsseldorfer Innenstadt baut das Team von Fotokoch zudem ein Messezelt auf. Also, falls ihr in der Nähe wohnt, unbedingt mal auschecken. Alle Infos zu Fotowalks, den Foodtrucks, die es vor Ort gibt und Co. gibt es über den Link in der Podcast- und Videobeschreibung. Der jüngste X-Summit ist vergangene Woche über die Bühne gelaufen und wie bereits vermutet, hat Fuji dort die XM5 vorgestellt. Und nach einigen professionellen DSLMs und der profikompakten X106 legt der Hersteller dabei endlich wieder mal einen Fokus auf Einsteiger. Die XM5 ist dabei die Nachfolgerin der XM1 aus dem Jahr 2015. Das ist also schon ein bisschen her und natürlich wurde die dann auch in etlichen Punkten verbessert. Erfreulicherweise kommt dabei der bekannte X-Trans-Sensor im APS-C-Format mit 26 Megapixeln zum Einsatz, den man ja schon aus einigen Profi-Modellen von Fuji kennt. Da dieser wieder zusammen mit dem X-Processor 5 zusammenarbeitet, ist eine echt gute Bildqualität zu erwarten. Allerdings bietet die XM5 keinen Fünfachsen-Bildstabilisator. Ebenfalls verzichten muss man auf einen elektronischen Sucher und in den Kommentaren unter marxnews auf fotografics-magazin.de wird das durchaus als Kritikpunkt angesehen. Allerdings sorgt der fehlende EVF für kompaktere Abmessungen und ein geringeres Gewicht Mit nur 350 Gramm ist die XM5 wirklich angenehm leicht. Die Abmessung gibt Fuji mit etwa 11x6x4 cm an. Das 3 Zoll große Touch-Display lässt sich neben das Gehäuse nach vorne klappen, ist allerdings mit einer Auflösung von gerade mal 1,04 Millionen Pixeln relativ niedrig auflösend. Mit Open-Gate-Videoaufnahmen in 6,2K bei 30 Bildern pro Sekunde. In einer 4,2,2-Farb-Unterabtastung und 10-Bit bietet die XM5 dann aber auch wirklich überraschend starke Videofunktionen. 4K-Videos sollen in 16 zu 9 dann auch bei 60 Bildern pro Sekunde möglich sein, Full-HD sogar in 240 FPS. F-Log2, also Fujis eigenes Log-Format, ist ebenfalls mit von der Partie. Wo gibt es also noch Abstriche? Beim Autofokus erfreulicherweise nicht, denn hier bietet die XM5 dieselben Algorithmen samt Tracking für Menschen, Tiere und weitere Objekte. Ebenfalls charmant sehen die Bedienmöglichkeiten aus. Es gibt nämlich das von der XC50 bekanntliche Einstellrad für Filmsonulationsmodi. Ein Joystick ist auch dabei und auf der Rückseite und einige programmierbare Knöpfe gibt es auch. Also eine echt kompakte Alternative zur Fuji XS20, die aber eben ohne elektronischen Bildstabilisator erscheint. Und das zu einer UVP von 899 Euro. Na, da macht Fuji doch einiges richtig, so wie es scheint. Alle Infos noch einmal schriftlich gibt es über die News in unseren Shownotes. Lass uns noch mal einen Moment bei Fuji bleiben, aber ich halte mich kurz versprochen. Neben der XM5 gibt es nämlich auch zwei neue Objektive für das XF-Bajonett. Einmal das 16-5mm f2.8 in der zweiten Generation, das jetzt mit einem Gewicht von 410 Gramm noch mal deutlich leichter geworden ist. Ich glaube, aber nagelt mich darauf fest, das Vorgängermodell wiegt 620 Gramm. Zudem gibt es jetzt zum ersten Mal einen Blendenring mit D-Click-Funktion. Preislich liegen wir hier bei 1349 Euro, also gerade mal 50 Euro mehr als das Vorgängermodell. Etwas teurer, größer und schwerer ist das 500mm f.6. Die Telefestbrennweite erinnert stark an das 15mm f.6 für Fugees Mittelformat-Kameras. Das Gewicht von 1335 Gramm und Abmessung von etwa 10x26 cm sind dann aber nicht allzu gewaltig für so ein Objektiv. Preislich müssen Tierfotografen aber 3399 Euro einplanen. Umgerechnet auf Kleinbild ergibt sich aber eine durchaus lichtstarke 750mm Festbrennweite. Mehr Infos zu Konstruktionen und Filtergewinden und allem gibt es auch hier wieder auf fotografics-magazin.de. Ich habe mich ein bisschen beeilt, denn neben Fuji hat auch Canon etwas angekündigt. Es soll nämlich am 30. Oktober drei neue Objektive geben, mit denen man die hybride RF-Objektivserie erweitern will. Und das passt auch ganz gut zu den Gerüchten, die wir in den letzten Wochen gehört haben. Das offizielle Teaserbild, ihr seht es jetzt hier gerade auf YouTube, zeigt die Schatten von drei bisher unbekannten Objektiven. Und wir gehen davon aus, dass es sich um das RF 24mm f1.4 LVCM, das RF 15mm f1.4 LVCM sowie um das 70-200mm f2.8 LUSM Z handeln wird. Letzteres soll auch mit den Telekom-Wetern von Canon kompatibel sein. Allerdings deutet der Zusatz Z schon auf ein besonders hochpreisiges Objektiv hin. Mehr wissen wir also spätestens am 30. Oktober. Also bis bald! Nutzt ihr Fuji, Canon und Sony, dann könnte das Q4 für euch echt teuer werden. Denn offenbar wird Sony Ende November eine neue Vollformat-Kamera mit E-Mount-Bajonett vorstellen. Konkrete Informationen darüber, was Sony hier vorstellen wird, haben wir noch nicht. Allerdings wären wir natürlich nicht Fotografik, wären wir nicht schon ein paar Spekulationen und Gerüchte für euch hätten. Zugegeben sind diese aber noch ein wenig diffus. Es könnte die A7 V sein, die Sony A1 ist aber noch ein Jahr älter, also könnte es auch die Sony A1 II sein. Die Präsentationen einer A7S, äh, 4 wäre es dann, einer A7R6 oder einer Nachfolgerin der FX3 sind aber wohl eher unwahrscheinlich. Alles genau wissen wir dann wohl Ende November oder wenn Sonys Geheimabteilung dann doch nicht ganz so dicht halten kann, auch schon in den nächsten Ausgaben von Fotografix News. Zum Trost für alle Sony-Fans, die A7 IV hat ein großes Firmware-Update erhalten. Und Überraschung, sie bekommt dabei Fokus-Bracketing. Muss ich mal für meine Produktfotos mit Makro-Objektiv unbedingt ausprobieren. Mit der letzten News heben wir schon fast ins Wochenende ab. Und ja, ich halte daran fest, ich werde diesen Gag bei jeder Drohnen-News, bei Fotografix News durchziehen und weiterhin auch machen. Falls euch das stört, dann müsst ihr diesen Teil eben überskippen. Die DJI-R3S ist erschienen und arbeitet jetzt mit einem 1 Zoll Sensor. Dieser arbeitet mit dem 24mm Weitwinkelobjektiv zusammen. Das 70mm-Tele hat weiterhin einen 1 zu 1,3 Zoll großen Sensor. Beide Kameras können aber Fotos mit 48 Megapixeln aufnehmen und unterstützen 4K-Videos bei 60 Bildern pro Sekunde im HDR-Modus und 4K-Aufnahmen mit 120 Bildern pro Sekunde im Zeitlupen-Modus. Neu ist zudem eine Funktion zur Fokussierung von Motiven. Das Objektiv soll dabei auch im manuellen Flug oder bei der Bewegung aus der Mitte raus scharf gestellt werden können. Stichwort scharf stellen. Die R3S ist auch die erste DJI-Drohne dieser Klasse, die über einen nach vorne gerichteten LiDAR-Sensor verfügt. Was genau der macht, erfahrt ihr in Jonathan aka Dronathans News. Hier nenne ich euch natürlich noch den Preis. Los geht's mit stolzen 1099 Euro und damit ist sie von der Mini 4 Pro auch nicht mehr wirklich weit entfernt. Wollt ihr noch mehr Leistung und habt ein größeres Budget? Dann solltet ihr aber vielleicht noch ein bisschen warten, denn die Mavic 4 steht auch schon fast ins Haus. Ein Blick auf meine Uhr. Okay, zugegeben ist es nur ein Whoop-Band ohne Zeitanzeige. Ich weiß trotzdem, dass ich langsamer zum Ende kommen sollte. Aber ich wollte noch sagen, ihr seid übrigens die Besten, denn mit Aufrufzahlen von fast 7000 Zuschauern für die nächste Folge habt ihr mir echt die Woche versüßt. Und trotzdem muss die nächste Folge leider ausfallen, denn ich bin im Heimatbesuch und möchte meinen ganzen Kram leider nicht mitschleppen. Aber die übernächste Folge passiert dann mit einer extra Portion Motivation und ich sage bis auf Wiederhören, bis in zwei Wochen. Ciao! 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 Ciao!